Es ist ein bisschen schlecht wegen dem helle Licht, weißt du? Ne, ich wollte ein bisschen und zoomen. Da? Du musst ihn instellen. Musst ihn hier. Drehen? Ja. Ach, das ist ja... Ich bin doch vom Beruf Dreher. Du bist doch Dreher, ja. Nicht dort drauf drehen. Das ist der Film. Vorne. Genau. Auf den Nippeln. Martina, guck mich's mal an. Du brauchst nicht so zu lachen, der hat nur die 200. Da fragt was entdeckt. Das stimmt gar nicht. Doch. Jetzt. Da fehlt aber immer noch die Geos. Ja, da müssen wir mal ein Bild machen von Georg. Das Einzelpoto von Georg. Mach grad was du willst. Guck mal. Wieso ist das so dunkel? Der kennt sich da nicht die Welt aus. Jetzt bist du nicht dabei.